Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Und das hätte ich so oder so gemacht, ob ich jetzt im Fernsehen bin oder spiele oder nicht spiele. Wie heißt die Farbe? Dunkle Kirsche. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bin jetzt drei Jahre in diesem Geschäft und lerne das alles kennen. Und es scheint mir, als wenn in unserer Gesellschaft irgendwie Sex, Entschuldigung, aber es scheint das Wichtigste zu sein. Und was untertitelt 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 passiert und zu Hause und wie mein Badezimmer aussieht oder irgendwas. Ich dachte immer, dass halt die Zeitung dafür da ist, zu informieren über meinen Job. Klar, ein bisschen privat interessiere ich mich auch für Leute, die ich mag. Das ist ganz logisch. Aber all die Sachen, die sind doch irgendwie so langweilig. Und ich meine, es wird mir immer gesagt, es muss gefragt werden. Die Leute wollen es lesen. Ich lese meine Fanpost und sie wollen es nicht lesen. Und wenn ich sage, das ist mein Privatleben. Neulich habe ich Premiere gehabt in der DDR von meinem Anna-Film. Und dann habe ich auf der Bühne auch gesagt, darüber rede ich nicht. Dann haben die alle geklatscht. Und die Presse meint zu mir, die wollen das hören. Und das ist halt irgendwie, sind das auch für mich Menschenrechte. Ich sehe das halt völlig anders. Und ich versuche dagegen irgendwie, so wie jetzt, anzukämpfen. Also hoffen wir, dass auch die Presse sie Silvia Seidel sein lässt und sie vielleicht auch ein bisschen mehr in Ruhe lässt. Viel Erfolg für die Zukunft und ganz lieben Dank. Danke auch. Applaus